Das ist die Supreme Shots, Supreme Double Shots von Niko habe ich gekauft bei Norma, ich glaube 4,99€. So sieht das aus von innen. Und wie werde ich jetzt alle zünden? So jetzt passen wir ein einzelnen und dann 2 Stück zusammen. So und jetzt gleich mal 3 Stück gleichzeitig. Jetzt nochmal einen einzelnen und dann 3 Stück zusammen. So. 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 So.